Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu Dead by Daylight. Das ist meine erste Runde, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keinen Plan. Also, ich weiß zwar schon, was ich hier machen soll, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch für das erste Mal, ne? Es ist Stockduster hier bei mir im Raum. Mein Herz pocht gerade wie Sau. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, wenn mein Herzschlag so hoch geht. Und ich sehe ihn. Da ist der Killer. Ja. Okay. Der wartet aber auf uns. Das ist das Problem. Ich glaube, wir sind alle ziemlich unerfahren. Jetzt hebt er sie auf. Alles klar. Was soll denn das? Irgendwo hier gibt es doch auch Generatoren. Ah, hier. Was hat sich die denn überhaupt? Ja. Ja. Achso. Ja. Achso. Der lief ja schon. Oh Gott. Es tut mir leid. Ich habe total Schiss. Ich sehe den Killer nicht. Scheiße. Verdammt. Oh. Ähm. Ja. Oh. Oh. Da archaeological. Da hin kann ich flüchten. Gut. Schnell weg. Oh. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Ich sehe ihn nämlich nicht. Ich bin so derbe aufgeregt. Ich denke mal, wenn man das öfter gespielt hat, dann gewöhnt man sich da auch dran. Das ist jetzt gerade echt irgendwo ein bisschen heftig sozusagen. Na ja gut. Ich würde gerne mal wissen, warum mein Herzschlag immer so hoch geht. Also hier von... Ah. Da läuft er. Da laufe ich jetzt in die Richtung. Da laufe ich jetzt in die Richtung. Ah, er verfolgt irgendwen. Ah, da. Ah, na super. Ich bin so schnell weg. Schnell weg. Schnell, 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 schnell. Oh, ich glaube, der war gerade bei mir. Dann bringen wir den noch mal in Gang. Ah, Mann. Weg. Ich bin so schnell weg. Super, der eine hat versucht den anderen zu befreien und gut stehen wir da. Zwei Tote und nur ein Reaktor aktiviert, ja und der hängt jetzt auch. Ja, in die Richtung wäre ganz gut, wenn ich dahin fliehe, ja. Mal gucken. Ah, lauf. Jo. So. Irgendwo soll hier... Letzte Paltür aufgehen. Aber ich habe keine Ahnung wo. Ich habe keine Ahnung. Oh, wo ist die Paltür? Scheiße. Irgendwo ist hier so eine blöde Tür aufgegangen. Und ich finde sie nicht. Ah. Ah. Mist. War ich ja gerne Killer, ne? Oh. Oh nein. Ich höre ihn schon. Nein. Oh nein. oh nein oh nein, das war's na super ich hab mich als Opfer glaube ich eher schlecht geschlagen na gut haben wir fast noch ins Hemd gemacht hier ich sag jetzt nicht, die Tür war da unten nee, kann nicht war nicht schlecht na gut, ich war ja auch der letzte na gut ja, der Killer hat gewonnen okay na gut dann bis zum nächsten Mal ja, jetzt mal